Wie kann Digitalisierung in Ihrem Industrieunternehmen gelingen? Welchen Beitrag leisten Sozialpartnerschaft und Beteiligung für den Erfolg? Mit diesen Fragen haben wir uns mit Sozialpartnern, Wissenschaftlern und Unternehmen über Jahre intensiv ausgetauscht. Die Diskussionsergebnisse haben wir nun als Praxisbroschüre veröffentlicht. Unser Ausgangspunkt war das Projekt APRODI, in dem wir uns mit arbeits- und prozessorientierter Digitalisierung in fünf Unternehmen intensiv befasst haben. Und schnell war klar, kein Projekt gleicht dem anderen. Zu unterschiedlich waren die Themen, zu unterschiedlich die Unternehmen. Doch eines war bei allen Projekten gleich. Je frühzeitiger, je transparenter die Betroffenen einbezogen werden, desto passgenauer war das Ergebnis und desto höher die Akzeptanz. Und dies ist auch unabhängig von der Unternehmensgröße zu beobachten. Mit der Arbeitsgruppe haben wir diesen Ansatz noch einmal genauer diskutiert. Mit den Sozialpartnern Herrn Gerst und Herrn Köpp haben wir uns auf Spurensuche gemacht. Unsere Mitgliedsunternehmen stehen bei der Digitalisierung vor immensen Herausforderungen. Sie reichen von Investitionen über die Einführung und Anwendung neuer Technologien, sich wandelnden Geschäftsmodellen, dem Aufbau neuer Wissensbereiche bis zur umfassenden Requalifizierung der Beschäftigten. Diese Herausforderungen sind nur in einem Umfeld praktizierter und pragmatischer Partizipation zu bewältigen. Dies setzt voraus, dass sich alle beteiligten betrieblichen Akteure ihrer Rolle und Verantwortung im Digitalisierungsprozess bewusst sind. Die Sozialpartner können begleitende Hilfestellung leisten, um Konfliktsituationen zu überwinden oder sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Für unsere Betriebsräte ist die Digitalisierung derzeitig eines der zentralen Themen. Es liegt in ihrem Interesse, dass Betriebe die Chancen der Digitalisierung nutzen. Nur so sind Beschäftigung und gute Arbeit zu sichern. Zugleich bringt digitale Technik auch Risiken für die Beschäftigten mit sich, die wir nicht übersehen dürfen. Betriebsräte befürchten den Verlust an Arbeitsplätzen, mehr Überwachung oder kleinere Handlungsspielräume. Um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und die Risiken zu vermeiden, müssen Beschäftigte und Produktionsverantwortliche gemeinsam die Digitalisierung gestalten und sich dabei an Leitbildern guter Arbeit orientieren. Dazu ermuntern und dabei unterstützen wir unsere Betriebsräte. Bei ZF in Schweinfurt gestalten Unternehmensvertreter und Betriebsrat schon seit langem gemeinsam die Zukunft des Multidivisionsstandortes. In der betrieblichen Realität von Digitalisierungsvorhaben ist die rechtzeitige und angemessene Beteiligung aller Betriebsparteien von großer Wichtigkeit. In Digitalisierungsprojekten sind folgende Aspekte besonders erfolgskritisch. Erstens, gemeinsame Betrachtung der Prozesse vor Ort. Gut vorbereitet kommen hier Herausforderungen und notwendige Veränderungen klar ins Licht. Zweitens, anschließende Analyse gemeinsam mit den beteiligten Experten zur Erarbeitung optimaler Prozesse. Diese werden, wenn sinnvoll, im Nachgang digitalisiert. Drittens, Zusammenarbeit in Prozessoptimierungsteams, um Netzwerkstrukturen verbessert zu nutzen und regelmäßiger Austausch in prozessübergreifenden Vernetzungstreffen. Dieser Zeiteinsatz lohnt sich. So können Erfahrung und Wissen von Beschäftigten und Betriebsrat sowie Fragen der Betroffenen gemeinsam, optimal, zeitnah und möglichst geräuscharm zum Nutzen aller Beteiligten eingesetzt werden. Wenn im Betrieb von Digitalisierung die Rede ist, dann geht es in Wahrheit um ganz unterschiedliche Prozesse und Projekte. Um drei Beispiele zu nennen, die Einführung von Werkeassistenzsystemen in der Produktion, die Etablierung von neuen betrieblichen Kommunikationssystemen oder die Implementierung unternehmensweiter Softwarelösungen, bei der am Schluss kein Stein auf dem anderen zu bleiben scheint. Jedes Unternehmen, jeder Standort, jedes Projektteam steht vor der Herausforderung, ein stimmiges Vorgehen für das konkrete Vorhaben zu entwickeln. Zu betrachten sind dabei nicht nur die neuen technischen Möglichkeiten und die Anforderungen der Auftraggeber, sondern auch die Ausgangssituationen und die Sichtweisen der unterschiedlichen Beteiligten. Bei aller Unterschiedlichkeit haben solche Vorhaben eine Gemeinsamkeit. Digitalisierung als Neu- oder Umgestaltung der im Betrieb genutzten IT-Systeme bringt direkt oder indirekt, geplant oder ungeplant, tiefgreifende Veränderungen der Arbeitsbedingungen mit sich. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass die nicht-technischen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Gestaltungsfelder des anstehenden Digitalisierungsvorhabens ausreichend berücksichtigt werden. Ebenso wichtig ist die Information und Einbeziehung der betroffenen Beschäftigten. Und schließlich kommt es auch darauf an, wie die internen Fachabteilungen und die gegebenenfalls beteiligten externen Partner an Bord geholt und einbezogen werden. Schon lange weist die Arbeitswissenschaft um die Wechselwirkung zwischen Beschäftigten, den von ihnen genutzten Technologien und der Arbeitsorganisation. Trotzdem mangelt es oft an konkreten Methoden und Instrumenten, die dies berücksichtigen und somit zu einer beschäftigtenfreundlichen Gestaltung von Arbeit beitragen. Mit dem APRODI Sozialpartnerpapier wird dieser Bedarf adressiert. Hierin werden Instrumente und Verfahren vorgestellt, die Hinweise für die Gestaltung von Mensch-Technik-Interaktionen geben und die dabei die Nutzer frühzeitig an der Arbeitsgestaltung beteiligen. Als Orientierungspunkt dient vielen dieser Ansätze das Leitbild einer nicht entfremdeten, lern- und persönlichkeitsförderlichen sowie beeinträchtigungsfreien Arbeit. Auf der Basis eines Dialogs zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern gibt die Broschüre darüber hinaus Hinweise für Digitalisierungsmaßnahmen, die zur Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beitragen. Wie viel Digitalisierung braucht die Wirtschaft? Sicher nicht so viel wie möglich, sondern sie braucht eine effektive Digitalisierung an den richtigen Stellen, dort wo sie den größten Nutzen bietet und sie braucht eine effiziente Digitalisierung, die mit wenig Aufwand schnell hohen Nutzen bringt und die Anwender überzeugt. Dabei unterstützt eine bedarfsgerechte Partizipation, also die Einbeziehung der relevanten Akteure. Die hilft, gemeinsam ein realistisches Gesamtbild der Ausgangssituation zu zeichnen und darin die relevanten Digitalisierungsfelder zu erkennen. Und ebenso unterstützt die Beteiligung dabei, diese Felder dann gemeinsam so zu gestalten, dass der erwartete Nutzen tatsächlich erreicht wird, Anwender sich unterstützt fühlen und die Lösung akzeptieren. Dafür brauchen wir in den Unternehmen und in der Gesellschaft offene, veränderungsbereite und konstruktive Akteure. Die APRODI Sozialpartner Broschüre gibt Ihnen Impulse für eine gute Zusammenarbeit. Es ist uns gelungen, ein komplexes Thema gemeinsam zu erfassen und Unternehmen Orientierung, Wissen und Empfehlungen für die Digitalisierung an die Hand zu geben. Es ist uns gelungen, betrieblichen Praktikern und Praktikerinnen Möglichkeiten der Gestaltung digitaler Systeme aufzuzeigen. Es ist uns gelungen, Verständnis für unsere jeweiligen Sichtweisen zu entwickeln und zugleich einen sehr großen gemeinsamen Nenner zu finden. Durch rechtzeitige und angemessene Beteiligung von Führung, Betriebsrat, Experten und betroffenen Mitarbeitern ist es uns gelungen, kritische Prozesse gemeinsam zu optimieren und, wo sinnvoll, zu digitalisieren. In einem spannenden Dialogprozess ist es uns gelungen, den konkreten Nutzen, aber auch die Herausforderungen und Stolpersteine von Partizipation und Mitgestaltung in betrieblichen Digitalisierungsvorhaben gemeinsam zu beschreiben. Es ist uns gelungen, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln und daraus Empfehlungen für eine erfolgreiche Digitalisierung abzuleiten, im Interesse von Kunden, Unternehmen und Beschäftigten. Es ist uns gelungen, entscheidende Voraussetzungen für eine gelingende Partizipation zu identifizieren, konkrete Handlungsempfehlungen zu formulieren und dabei die Blickwinkel aller interessierten Parteien zu berücksichtigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Begleubliät Begleubliät Bis zum nächsten Mal.